Hallo meine Lieben und ein ganz ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Channel. Ihr kennt es bereits schon hinlänglich, eine Mod vorgestellt. Diesmal natürlich wieder für Anno 1800. Und was habe ich euch mitgebracht? The wholesome Hacienda hole. Bevor das aber losgeht und bevor ich euch wirklich mal erkläre, was es da damit auf sich hat, möchte ich mich ganz ganz herzlich bedanken bei euch auch für das reingucken vom letzten Video. Ich habe da mal eine Sonderfolge gemacht von der Hacienda, habe ich mal von meiner Sichtweise ganz blind angefangen, die Vanilla Hacienda gezeigt, haben wir ein bisschen was aufgebaut, ein bisschen was verwaltet, haben wir ein paar Journaleros mit hingesetzt, ein bisschen kleine Siedlungen gebaut, wirklich eine ganz ganz kleine feine Siedlung, haben geguckt, für was die Dünger da sind, haben geguckt, wie man die ganzen Gebäude ein bisschen verwalten kann und vor allen Dingen ganz ganz klar im Fokus stand hier drinnen die Hacienda. Da haben wir dann festgestellt, dass die ein bisschen was an Attraktivität bringt, dass die wieder ganz andere Bedürfnisse den Journaleros oder Opereros wieder, wie soll ich das sagen, wieder abverlangt, beziehungsweise die möchten dann was ganz anderes, ich erinnere nur an Gewürze. Und dann haben wir uns zum Schluss gefragt, wie kriegen wir denn jetzt den Dünger her? Ja und ohne Tiere, ohne Mist, gibt es halt auch keinen Dünger. Aber ich sage mal, der Dünger, der ja auch für die alte Welt ist, beziehungsweise auch für das Cap Trelawney, das macht halt schon einiges aus. Also da kann man dann schon mal nochmal richtig seine Produktionen boosten. Und vor allen Dingen, das darf man nicht vergessen, auch die alte Welt oder das Cap Trelawney, es profitiert ja davon. Selbst diese Weizenfelder, ihr habt es ja gesehen und so weiter und so fort, ist wirklich so, dass die nochmal einen richtig großen Booster fahren. Okay, mein Lieben. So, jetzt habe ich da nochmal ein ganz kleines bisschen was zusammengeschnitten, weil das Video, das ist schon wieder völlig ausgeartet. Ich versuche es jetzt ein ganz kleines bisschen komprimiert euch zu präsentieren. Ich hoffe mal, dass ich wieder nicht so schnell rede, weil ich bin wieder euphorisch. Ich möchte wieder alles zusammen in so ein kleines Video packen. Und meine Lieben, ja das tut mir leid, wenn es da wieder so eine kleine Überlänge hat. Aber ich möchte es euch trotzdem komplett vorstellen. Mit was geht es denn los? Es gibt zwei Modder. Es gibt hier zwei Modder und zwar möchte ich euch die persönlich mal vorstellen. Das ist Taludas und das ist das LRDS 42. Die beiden haben sich zusammengesetzt und haben diese Mod hier gebaut. Warum? Diese Mod haben sie von Grund auf gebaut, weil sie der Meinung sind, dass die Vanilla Hacienda, die so ins Spiel gefunden hat, ich sage mal sehr viele Aspekte hatte, die einfach vergessen wurden, beziehungsweise rausgestrichen wurden. Zum Beispiel geht es da um Fruchtbarkeiten. Ich linke euch hier unten in der Beschreibung. Guckt da einfach mal rein. Da gibt es ein Dokument, das könnt ihr bei Google Drive einfach aufmachen. Da gibt es diese Patch Notes von den beiden, wie sie die Hacienda verändert haben. Könnt ihr euch vorstellen, dass das sechs Seiten sind? Dass jeder einzelne Gedanke, den die verfasst haben an die Patch Notes, dass man merkt, dass die beiden da mit Herz und Blut und Verstand dabei waren. Ganz, ganz klar. Und die haben sich von sehr, sehr vielen anderen Leuten wirklich anlernen lassen. So lange, bis die beiden das so auf die Beine gestellt haben, dass dieser Mod hier draus entstanden ist. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, das ist für mich das absolute Beispiel. Zwei Leute, zwei wirklich unbedarfte Leute haben sich hingesetzt, haben ein bestehendes Gebäude genommen, haben es ummodelliert, haben es nicht gecheatet, sondern sie haben es wirklich gebalanced, haben es angepasst und haben es uns normale Spieler, die wir so gerne Anno 1800 mit Mods spielen, haben es wieder zur Verfügung gestellt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da kriege ich Gänsehaut. Wenn ich dann sowas lese, wie sie ihre Gedanken verfasst haben, wie das das nicht sein kann, dass verschiedene Anno-Entwickler dann einfach zum Beispiel die Kaffee-Fruchtbarkeit weggelassen haben, weil es nicht einfach in dieses Kaffee-Fruchtbarkeitsbuch hineingepasst hat. Da gehen halt nur acht verschiedene Fruchtbarkeiten rein. Ihr merkt schon wieder, ich habe schon wieder 180 Pols. Da merkt man schon wieder, dass die Leute sich extreme Gedanken gemacht haben um diese Mod. Und genau deshalb, heute am Mittwoch, und zwar kurz nachdem ich das E-Vanilla-Hacienda gespielt habe, möchte ich euch auf jeden Fall die Mod vorstellen. Übrigens, ich habe da oben, bei nexusmods.com, verlinke ich euch auch noch mal Gagnon rein, ich habe da einfach nur Hacienda eingegeben. Man mag das kaum glauben. Außerdem habe ich noch eine Spielweise, noch ein bisschen andere Spielweise. Ich habe noch einen anderen Mod gefunden, die tue ich nur erwähnen, weil die lohnt sich eigentlich nicht, noch mal vorzustellen. Man kann auch theoretisch mit diesem Mod zwei Haciendas auf einer Insel bauen. Das kommt mir persönlich nahe, weil ich hätte gerne zwei Haciendas auf einer Insel mal gepackt. Sage ich euch auch, gebe ich euch ein schönes Beispiel davon. Die große Mod-Sammlung Spiced Up für Anno 1800 bietet ja keine Flüsse mehr, in der Neuen Welt wie in der Alten Welt, wie im Cap Trellani, wisst ihr genau. Und man kann mit diesen großen Einflussradien auf diese Inseln jetzt, könnte man zum Beispiel eine Hacienda direkt für Einwohner bauen und eine Hacienda auf jeden Fall für Infrastruktur. Und das, muss ich euch ganz ehrlich sagen, würde ich gerne zusammen auf einer Insel mal testen. Ich weiß nicht, wie ihr da dazu steht, gerne mal in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall diese Mod mit in die Staffel 2 reinnehmen. Das ist gut, dass ich sie noch nicht gestartet habe, ganz ehrlich. Und auch die kleine Mod, dass man mehrere Haciendas auf einer Insel bauen kann. Ja, der eine oder andere wird jetzt sagen, das ist Cheating, das ist klar. Aber ich muss euch ganz ehrlich gestehen, das ist meine Spielweise. Und ich spiele auch nur 1800, wie ich es einfach verrichte ich halt. Ganz einfach. Okay, bevor es jetzt reingeht, möchte ich euch mal einen ganz, ganz kleinen Überblick geben. Wirklich nur einen minimalsten Überblick. Ich möchte euch doch mal zwei, drei Dinge sagen. Und zwar habe ich das natürlich die Mod-Beschreibung ja auch aufgemacht. Es gibt grundlegende Gameplay-Änderungen. Es gibt erweiterte Haciendas, wie zum Beispiel, es gibt zwei verschiedene, es gibt jetzt zwei verschiedene Journalero- und Oprero-Residenzen, die verschiedenartig, ich sage mal, die verschiedenartige Quadrate haben. Das eine hat zum Beispiel zweimal drei, beherbergt von acht Einwohnern, beherbergt hat plötzlich 13. Es gibt zum Beispiel neue Gebäude, das ist zum Beispiel eine Hacienda-Kapelle, eine Hacienda-Feuerwache. Es gibt eine Hacienda-Handelskammer, die gewissen Radios voraussetzt. Das kostet natürlich sehr viel Oprero-Arbeitskraft, steht hier. Es gibt eine Hacienda-Grenzmauer, die man halbautomatisch aufstehen kann. Da würde ich euch aber sagen, die Hacienda-Grenzmauer werde ich nicht bauen, weil da gibt es wahrscheinlich immer noch so einen kleinen Bug oder so. Da gibt es noch so eine Herangehensweise, wie man die bauen kann. Ich lasse da meine Finger davon, probiert es bitte selber aus. Der allererste Aspekt seht ihr gleich, wenn ihr diesen Mod installiert und seht, dass ihr das erste Mal in diesem Spiel mit der installierten Mod einloggt. In einer neuen Welt. Ihr werdet es kaum glauben, ich verrate mir noch nichts. Wir gehen gleich ins Spiel. Es wird aber hier unten auf der ersten Seite ganz klar gesagt, ich hoffe mal, wenn ihr auf diesen Mod hier gewartet habt, oder auf diesen Mod gewartet habt, dass ich die euch auch mal vorstelle, wenn ihr euch da noch nicht sicher seid, dass ihr sie installieren wollt, sollt, müsst, dürft oder wie auch immer, steht hier unten. Sie empfehlen dringend, das Spiel mit einem vor den DLC-Spielstand zu laden, um die ganzen Assets, alles was sie da dazu, zu der Vanilla-Hacienda gebaut haben, außenrum, dass das alles optimal eingeladen wird. Und ich möchte euch noch ganz, ganz herzlich dazu empfehlen, löscht bitte nochmal euren Cage-Ordner. Das dient nur zu irgendeiner eigenen Sicherheit. Ich denke mal, 90 bis 95 Prozent der Fälle braucht das nicht zu machen, den Cage-Ordner zu löschen, aber vielleicht bei dem einen oder anderen, der wird dann nur, oh, irgendwas geht wieder nicht, irgendwas. Das liegt dann meistens an den Assets in den Cage-Ordner drin, weil halt die Vanilla-Hacienda habt ihr dann wahrscheinlich schon mal angedreht, habt schon mal mit ihr gespielt, habt das kennengelernt und jetzt installiert ihr die Mod und ladet einen früheren Spielstand. Da kann das mal sein, dass ein bisschen was kollidiert. Okay, vielleicht noch zwei, drei andere Sachen. Es gibt neue Icons. Es gibt, das verrate ich mal noch nicht, was hier noch steht, weil das möchte ich euch gleich, ich möchte es euch gleich zeigen, ich bin da richtig heiß drauf. Es gibt jetzt verschiedene Radien der Hacienda und zwar, ihr wisst ja, je weiter oder je mehr Bewohner man dort reinpackt und je mehr man Bewohner auf der Insel hat, desto mehr wächst auch der Radius dieser Hacienda an. Der war, ich sage mal, der geht klein los und hört groß und immer größer hört er auf. Ich habe die Assets so verändert, dass der bei mir sehr, sehr groß, also sehr, sehr groß anfängt und dann immer ein kleines bisschen größer wird. Die haben das hier ein bisschen anders gemacht, war nicht das Richtige für mich, ich habe es wieder für mich persönlich ausgetestet. Ja, seht was bitte nach. Okay, die Hacienda-Residenzen wurden komplett überarbeitet. Die Düngemittelfabrik, was ich schon, habe ich schon gehört, gerade in Streams, was ich heute nochmal angeguckt habe, gerade in Videos, was ich nochmal angeguckt habe. Die Düngemittelfabrik, ich meine, eine Tonne in fünf Minuten herstellen, ist ja alles schön und gut, aber die Zeiten, also die Zeiten waren verschiedenen oder sehr, sehr vielen Spielern eigentlich viel zu hoch. Und ich denke mal, auch die Zeit dieser Düngemittelfabrik wurde auf jeden Fall in dieser Mod angepasst. Ich habe aber auch gehört, im neuen Update, was nächste, übernächste Woche irgendwann mal kommen soll, wird auch die Zeit dieser Düngemittelfabrik reduziert. Was das heißt, ich kann es euch bei bestem Willen nicht sagen, kann vielleicht eine Minute sein, kann vielleicht zwei Minuten sein oder fünf, ich weiß nicht. So, es gibt bei der Hacienda-Farmen jetzt insgesamt vier neue Pflanzenarten. Die möchte ich euch nicht vorenthalten und zwar gibt es zusätzlich zu den acht, die es schon gibt, gibt es jetzt Bananen, Baumwolle, Tabak und Achtung, es gibt auch Wein. Und richtig, in der neuen Welt kann man jetzt auch Wein anbauen. Deshalb gibt es jetzt insgesamt zwölf verschiedene Pflanzenarten, die man auf der Hacienda bauen kann. Und das setzt natürlich voraus, dass man den Radius dementsprechend etwas größer gestalten sollte, weil sonst kann man ja da nichts mehr reinbauen, oder? So, ganz zum Schluss hier auf der Seite, drei steht hier unten, bitte eine Trommelwirbel, sie haben den Weinberg noch eingebaut. Ich finde es so geil. So, man unterstützt die wichtigsten öffentlichen Gebäude, genau, es gibt ja auch die Feuerwehren, es gibt die Polizei. Dafür gibt es eigene Icons, eigene Buttons, das zeige ich euch alles. Und dann gibt es nicht diese Richtlinien, die es normalerweise gibt. Hier heißt es Dekrete und zwar wurden auch die Dekrete zum Schluss komplett geändert. Ich bin mal gespannt, was das so dann für einen Einfluss hat. Das lese ich mal auf jeden Fall nicht durch. Das möchte ich mit euch gleich im Spiel sehen. Ihr seht mal, wir befinden uns immer noch im Intro-Bütturm. Und ich habe schon wieder acht Minuten gequatscht, aber ich denke mal, die Informationen waren dann unheimlich richtig. Genau, unheimlich richtig. Und wichtig, dass sie, bevor wir ins Spiel gehen, dass ich die euch auf jeden Fall zuteil werden lasse. Okay? Ihr merkt schon, ich bin nervös. Wir gehen jetzt ins Spiel rein und dann entspannen wir uns mal ein bisschen. Und dann zeige ich euch mal die überarbeitete, eigentlich wirklich richtige, den zwei Mordern nach, der Meinung nach, Asienda. Okay? Bis gleich, mein Lieben. So, mein Lieben, jetzt habe ich mich mal wieder an den kleinen Platz hier zwischen der Anno-Karte und hier unten den ganzen UE-Reitern hingestellt. Beziehungsweise hinplatziert. So klein, aber fein. Ich würde dann sagen, bevor wir hier losmachen, würde ich euch ganz, ganz herzlich bitten, wenn euch meine Mod-Folgen gefallen und ihr auch nicht genug davon kriegen könnt und auch wieder auf die nächste Folge wartet. Ich habe ja mittlerweile schon einige im Discord, die immer mal wieder nachfragen, passt das nächste Woche, kriegen wir da wieder eine neue Folge zu sehen. Ja, es gibt auch nächste Woche wieder eine neue Folge. Ich würde euch doch ganz, ganz herzlich bitten, schreibt gerne einen Kommentar unten drunter, liked die Folge und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert meinen Channel und aktiviert die Glocke. So verpasst ihr auch für die anderen Spiele mittlerweile, weil ich habe auch schon ein paar andere Spiele, wo ich auch Mods vorstelle, verpasst ihr keine neue Folge mehr. Okay? Übrigens, jeden Mittwoch ist bei uns Mod-Mittwoch. Da gibt es kein Gameplay-Video zu sehen, sondern wirklich reine weg Mod-Videos. Und vielleicht einmal hin oder wieder mal ein Gameplay. Aber meistens sehen wir es. Okay? So, mein Lieben. Wir nehmen jede Hilfe an. Alles gut. Alles gut, Isa. So, was machen wir jetzt? Wir lassen auf jeden Fall die Spielgeschwindigkeit auf normal, weil es geht uns jetzt absolut nichts an. Die neue Welt, die alte Welt, es geht alles so seinen Gang, egal ob es Probleme gibt oder nicht. Wir schauen uns jetzt ganz normal die überholte, die überholte Hacienda an. Und wisst ihr, was mir schon auffällt? Schaut mal hier unten. Es gibt einen eigenen Reiter. Ja, die haben die von den Opreros, das haben die hier komplett weggemacht, die zwei Mutter, und haben den Haciendas, schaut mal, haben die einen eigenen Reiter gegeben. Und das würde ich jetzt mit euch nacheinander mal durchgehen. Ich habe mir hier eine Insel genommen, die Deep Black, die hat er mal im Doktor schon gehört. Da hat er hier mal schön ein paar Häuser mit draufgeklopft gehabt. Ein bisschen Öl hat er, glaube ich, auch mit angezapft. Habe dann hier so eine kleine Speicherstadt hingesetzt, habe auf jeden Fall schon ein paar Waren hier mal angekarrt. Ich sage mal, ich würde dann den Rest auf jeden Fall ausladen. Keine Angst, es kommen hier auch noch mehr Schiffe, die dann gleich hier reinsteigen werden, weil wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Holz, wir brauchen noch ein bisschen Ziegelsteine und so weiter und so fort. Also nichts ist umsonst, auch in Anno 1800. So, und dann gehen wir ja da, worauf freue ich mich jetzt am meisten, und dann gehen wir mal jetzt mal nacheinander, gehen wir mal hier die ganzen Buttons durch. Ein, was ist mir gleich aufgefallen, und zwar, wo ich die Hacienda angeklickt habe, beziehungsweise den Reiter hier unten, die Pflastersteine gelten jetzt als normale Straße. Es sind keine Module mehr, wo man halt so nur eine gewisse Menge außenrum bauen darf, sondern das kann man jetzt für alles verwenden. Es kostet nur 50 Kohlen, eins zum Teil, und ich sage mal, da kann man auf jeden Fall ein bisschen Kohle ausgeben, weil gerade wenn man so Schönbausiedlungen oder sowas wirklich mit so Haciendas aufbauen will. Also, dankeschön, es gibt garantiert hier viele, viele Methoden, das garantiere ich euch, wie man da auf jeden Fall ein bisschen Schönbaus betreiben kann. Gerade mit diesen Hacienda-Pflaster oder hier, gerade mit diesen Hacienda-Wegen, da fallen mir garantiert, da fallen selbst mir zwei, drei Sachen ein, wo ich da auf jeden Fall gleich mal außenrum baue, mit so einem kleinen Torbogen außenrum. Dann würde ich gleich mal zwei Farmen links und rechts hinstellen, die würde ich auf jeden Fall direkt symmetrisch anbauen, so damit man gleich aus der Hacienda rausgeht und links und rechts ein bisschen Farmen landet. Also, ich sage mal, alleine da sind wieder, seid kreativ, seid einfach kreativ, das ist der absolute Wahnsinn. So, jetzt gucken wir mal, wo hier so ein kleiner Fleck, wie so ein kleines Fleckchen ist, das bauen wir gerade mal hier an. Und da würde ich mal sagen, bauen wir doch hier mal so, mal hier mal schön in die Mitte, so, hier unsere große, schöne Hacienda. So, ihr seht schon, der Radius ist etwas größer geworden, das habe ich persönlich so eingestellt, in den Assets bei mir beginnt der Radius größer und wird dann mit steigender Bevölkerungsstufe immer, immer kleiner, wenn die aufsteigt. Ja, Senda eröffnet ihre neuen Pforten, das wissen wir ja schon, das kennen wir ja schon. So, und ihr seht, das Ding hat einen Einflussradius von 60 ganz am Anfang, hier seht ihr dann die Module, kann man, wie gesagt, nacheinander immer noch anwählen, das ist kein Problem, aber ihr braucht das nicht mehr, weil, meine Lieben, hier unten, hier unten gibt es jetzt alles, was ihr anwählen könnt und so weiter und so fort und alles, was ihr hier anklicken könnt, gibt es auch hier und andersrum. Also, die Richtlinien haben sich natürlich auch geändert, es gibt wie immer fünf Stück, da gibt es noch ein kleines Problem hier, schaut mal, da kann man hinten das, hinten das Bild, ne, beziehungsweise hier die Infrastruktur, die kann man da noch ein bisschen mit hin und her fahren und, ja, ich glaube, da passt irgendwas noch nicht, da gibt es garantiert mal noch, früher oder später mal noch ein Update. Wir gucken es uns kurz an, Verordnung für eine bessere Umwelt, schaut mal, bewirkt eine drastische Verringerung der Umweltausmöglichung, nein, jetzt nicht, bewirkt eine, ja, ja, danke, okay, alles klar, wir lektorieren, wir bauen das hier rein, alles klar veröffentlicht, Dankeschön, ciao. Vielleicht kann ich jetzt weitermachen. Okay, Verordnung für eine bessere Umwelt, bewirkt eine drastische Verringerung der Umweltausmöglichung von Schwerindustrie, um die Wahrscheinlichkeit von Katastrophen zu begrenzen, um die Wahrscheinlichkeit von Katastrophen zu begrenzen, bei gleichzeitig guter Effizienz. Das heißt, im Prinzip beeinflusst alle Schwerindustrien, Bergwerke, Steinbrüche, Chemiefabriken, Brauereien auf der hiesigen Insel, ne, gibt es mehr Produktivität, sind allerdings mehr Arbeitskräfte erforderlich. Es kostet definitiv mehr Unterhalt, 75% mehr pro Gebäude, rechnet es euch aus, das macht schon was aus, also da brauchen wir schon, da brauchen wir schon eine kleine Bank hier oben, ne, also da brauchen wir schon eine schöne positive Bilanz, es gibt weniger Brandgefahr, es explodiert nichts mehr, weil die Explosionswahrscheinlichkeit ist null und die negative Attraktivität wird um 4,5 aufgehoben. Das heißt, wenn es halt 100, minus 100 Attraktivität gibt oder so, dann gibt es halt hier nur noch minus 20 und das macht auf jeden Fall was aus, wenn es dann wirklich die, die wirklichen Profis unter euch gibt, die hier wirklich auch von jeder Insel wirklich das absolute Quäntchen rausholen. Ich habe schon gehört, dass hier mehrere tausende, tausende Bewohner auf solchen Inseln möglich sind, ich persönlich, ich persönlich glaube das erst, wenn ich sehe, ich sage mal, die letzte Ausbaustufe, die letzte Ausbaustufe von der gemotteten Hasienda findet da bei 10.000 Einwohnern statt. Egal, ob das die Obreros sind oder die Journaleros, 10.000 Einwohner und dann kann man hier die letzte Ausbaustufe von der Hasienda, die ist dann automatisch vorhanden, ne, und die wird dann nochmal um einiges größer. Ich bin gespannt. So wie das aussieht hier, ne, kann man nur eine pro Insel, hatte ich euch ja vorhin schon gesagt, ich arbeite zur Zeit, ich teste so eine kleine Mod, da kann man mindestens zwei oder gar drei Hasiendas auf einer Insel bauen. Es geht mir einfach nur darum, dass ich vielleicht nochmal, wenn ich hier so eine größere Insel habe, zum Beispiel die hier, ne, gerade hier, wo wir hier, gerade hier, wo wir diese, äh, ich wollte gerade sagen, gerade wo wir die Wolle hier hin angebaut haben und hier unten auch gleich vis-a-vis mit Kautschuk, ähm, das hier gemacht haben, vielleicht können wir dann hier irgendwie eine Hasienda hinsetzen und hier vorne das Dorf hätte ich dann als Beispiel schon ein kleines bisschen ausgebaut. Oder hier unten die Insel zum Beispiel ist auch prädestiniert, obere Seite zum Beispiel Infrastruktur und dann die untere Seite, wie auch so die Mitte, das können wir dann nur Bevölkerung drauf machen. Da könnte ich mir zum Beispiel, also da würde ich mir vorstellen, das wäre dann so eine Insel, wo schon ein paar tausend Einwohner drauf passen könnten. Ich weiß es nicht genau, schaut mal, wir haben hier 1400 und das ist eigentlich noch ziemlich klein, das Dorf. Das heißt, es könnte schon noch ein bisschen größer werden, okay. So, jetzt gucken wir es uns an, hier, das ist die, das ist die gemoddete Hasienda. Gehen wir mal direkt rein, dann schauen wir mal die zweite Richtlinie an, gesetzt zur Förderung des Werksverkaufs. Geringer Warnverbrauch bei gleichbleibend guter Produktivität für bestimmte Industriezweige. Verringerter Verbrauch von Ponchos, Melonen, Kaffee, Zigarren. Betrifft natürlich alles die Opereros, die Stufe 2, ich glaube die Ponchos, das wollen glaube ich, die wollen auch die Stufe 1 haben, jawohl. Aber alles andere wäre dann eigentlich für die Stufe 2, Melonen, Kaffee, Zigarren, ja. Und zusätzliche Waren werden dann noch hergestellt. Also bei jeder dritten Tonne gibt es dann noch irgendwas, ich habe keine Ahnung, beeinflusst alle Wohnhäuser der Neuenwelt und alle Begleitungsfabriken, alle Hersteller von Zwischenprodukten, Kaffee-Rösterei und Zigarrenfabrik. Auf der Insel wäre zum Beispiel hier oben bei Havanna, hier oben, hier werden da Zigarren ohne Ende hergestellt, über zum Beispiel so eine Handelskammer. Aber das wäre natürlich schön, wenn wir hier dann so eine Hacienda mit herstellen könnten und dann hier die Richtlinie mit anwählen. Dann wäre da auf jeden Fall, wäre das noch ein schöner Boost. Zum Beispiel, bin rein. Hier gibt es die Verordnung über die Neuausrichtung der Holzfäller-Ausbildung, beeinflusst Holzfällerhütten und alle Baumschulen der Neuenwelt auf unserer Insel, wo genau diese Hacienda steht. Die Produktivität etwas erhöht, weniger Arbeitskräfte erforderlich, mehr Attraktivität und weniger Walddichte. Es gibt zusätzliche Wandsabretter und es gibt Kirschholz. Sehr schön. So, dann hätten wir noch die zwei letzten, das Gesetz der Förderung des Weinanbaus. Das hatte ich ja gesagt, das steht jetzt nur eine Fruchtbarkeit bereit und zwar beeinflusst die Hacienda Weingut auf der Insel. Die Traubenfruchtbarkeit wird hier hergestellt. Ja, es gibt keinen Seed, was für die neue Welt so, ich sag mal, was für die neue Welt die Traubenfruchtbarkeit bereitstellen würde. Aber jetzt durch die Hacienda wird hier exklusiv diese zwölfte Fruchtbarkeit bereitgestellt. Können wir einfach anwählen und dann können wir ihr Wein anbauen. Ist eigentlich eine tolle Alternative, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann hätten wir hier noch das Gesetz über die Modernisierung im Logistikwesen. Beeinflusst alle Nutzpflanzenfarmen der neuen Welt und alle Baumschulen der neuen Welt auf der Insel. Liefert Elektrizität. Ihr wisst Bescheid, oder? Elektrizität macht, glaube ich, nochmal 100% Bonus, 100% Boost obendrauf. Und ja, dann werden die hier halt mit Elektrizität versorgt und dann ist sowieso alles Tuck. Das heißt, die Industrie geht dann richtig vorwärts. So, mein Lieben, Richtlinien haben wir gemacht. Jetzt gehen wir hier mal nacheinander durch. Genau, es gibt nämlich, es gibt nämlich die Modder, haben sich hier ein bisschen was anderes ausgedacht. Hier gibt es dann zum Beispiel die Einzelteile für die Außenmauer. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Hier gibt es automatisch verknüpfte Haciendas-Außenmauern. Probiert es bitte selber aus, wie das funktioniert. Nicht, dass man hier während der Aufnahme dann irgendwas passiert. Ich lasse die Finger davon. Probiert es, wie gesagt, gerne, gerne selber aus. Dann hätten wir hier die Hacienda-Ornamente. Die haben sie dann einzeln nochmal strukturiert, hatte ich ja gesagt. Ich sage mal, wenn man hier rauskommt. Dann hat links und rechts schon mal ein bisschen grün. Wenn ich zum Beispiel, sieht das schon mal viel, viel schöner aus. Hier hatten wir dann zum Beispiel, könnten wir hier noch, ja, links und rechts noch ein bisschen so eine kleine Wasserquelle anbauen. Und nimmt man es bitte nicht übel. Aber ich finde alleine dieses, ich finde alleine diese Pflastersteine, die Hacienda in Verbindung mit diesen Ornamenten. Ich finde das, ich finde das eigentlich wirklich gelungen, absolut stimmig. Und ich finde das einfach nur Zucker. Man muss doch sagen, super geil. Ja. Hier kann man da noch ein paar Karn hinstellen. Hier könnte man da zum Beispiel mit einem Kistenstab hinstellen. Ja, das ist, passt halt nicht so gerade hierher. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hier zum Beispiel hier Blumenbeete. Das passt schon hierher. So. Dann hätten wir schon mal Blumenbeet gebaut. So. Hacienda-Pflaster hat man ja gerade. Das können wir da noch nehmen. Können wir da noch irgendwo mit einbetten. Übrigens geht das als normale Straße. Das ist kein Ornament. Deshalb ist das hier ein extra Reiter. Ihr könnt das Ding ganz normal anbauen. Wir bräuchten eigentlich hier diese Wege. Bräuchten wir nicht mehr. Wir könnten das hier weg machen. Und könnten das hier als ganz normale Straße integrieren. Das wäre kein Problem. Allerdings müsst ihr davor, oder solltet ihr davor bitte, die anderen normalen Wege weg machen. Weil man kann die nicht einfach oben drüber bauen. Sondern man muss die, ja man muss die löschen. Und dann wird das halt so, dann wird das halt so, der Weg muss man halt danach wieder anbauen. Das ist halt leider so, aber so ist es. So. Jetzt kommen wir hier mal zu den Hacienda-Häusern. Hier werden die kleinen Hacienda-Journalero-Häuser. Und hier waren dann die Unterkünfte. Also das ist so ein kleines Haus. Das stelle ich euch auch gerade mal vor. Möchte ich hier mal, Moment, mir passt dann hier mal was Schönes aus. Warum? Ja, vielleicht nicht so. Ah, da kann man gleich so. Das ist schon mega gemacht, ne? Ja, ja Doktorchen. Lass dich ruhig aus, du hast eh verloren. So, jetzt machen wir mal hier so der Hacienda-Unterkünfte. Und auf der anderen Seite, ne, machen wir hier mal die kleinen, äh, diese kleinen Journalero-Häuser. Ich hatte euch ja gesagt, es gibt ja zwei Unterschiede, ne, hier. Also alleine zwei verschiedene Gebäude. Ähm, das eine sind halt nur die Unterkünfte und das andere sind die Häuser. unterscheiden sich in, in diesen Plan-Quadraten, wie man hier aufbaut. Ähm, das hier ist vier breit. Ne, seht ihr, vier breit und vier hoch. Hier, ne? Vier und vier. Und auch die kleinen, die kleinen zum Beispiel, sind nur dreimal zwei. Also, wenn man, wenn man, ja, wenn man gerne puzzelt, dann könnte man das bestimmt so irgendwann mal hinstellen, dass mehrere Häuser von diesen Quadraten dann irgendwann, ja, in so ein vier, in so ein zweimal zwei reinpassen. Oder irgendwie, ihr wisst, was ich meine. Ähm, das ist vielleicht auch so ein ganz kleines Bisschen, wenn man noch irgendwo ein Fleckchen hat, wo man dann keine große Barhausung mehr hinbekommt, also keine, keine Unterkünfte für Journaleros. Dann kann man auf jeden Fall mit diesen kleinen Hacienda-Journalero-Häusern, ähm, damit spielen. Äh, entschuldigt, genau andersrum. Ähm, dann kann man, doch, stimmt, dann kann man mit diesen kleinen Unterkünften auf jeden Fall, ähm, versuchen, diesen kleinen Häusern versuchen doch das eine oder andere kleine Fleckchen Erde irgendwie noch, ähm, ja, irgendwie noch sinnvoll zu nutzen. So, das sind die kleinen. Übrigens, man kann hier keine Opreros mehr bauen. Und wisst ihr, warum? Es gibt die Aufsteigefunktion wieder. Richtig. Ihr seht's. Man braucht hier 30 Einwohner. Man braucht hier 30 Einwohner in diesem Häuschen. Entschuldigt, bitte. Die möchten gepackte Bananen, die möchten die Hacienda, die möchten die Ponchos, die möchten den Schnaps und die möchten auch die Chili-Soße. Und erst wenn diese, erst wenn die zufriedengestellt sind mit diesen Bedürfnissen, die möchten auch ein bisschen rum und die möchten natürlich auch ihre kleine Chapel wieder haben, ähm, erst wenn diese Bedürfnisse gesteht sind, steigen die dann auch auf. Ja, es ist tatsächlich so. Und auf der anderen Seite, das ist hier ganz genauso, nur halt mit weniger Bewohnern. Ähm, die möchten rum, die möchten eine Kirche, die möchten auch die Hacienda nochmal, die möchten die Bananen, Schnaps, Ponchos und Chili-Soße. Wir könnten eigentlich, ich sag mal, das meiste könnten wir denen zur Verfügung stellen. Da fahren wir gerade mal die Insel unten ab. Oha, hier haben sie nochmal, hier haben wir nochmal angeliefert, ne. Die Tropenkönigin, die können wir gerade mal hier runterfahren lassen. Moment, gucken wir mal, ob wir noch ein leeres Schiff haben. Ja, weil die Undine ist auch noch leer. Da fahren wir gerade mal runter zu Rum für die Welt. Äh, laden da mal ein paar Ponchos ein, laden da mal ein paar gepackene Bananen ein und so weiter. Sofort ein bisschen rum, ähm, damit die dort oben erstmal so ein bisschen versorgt sind. Das laden wir mal noch nicht aus, das laden wir erst aus, äh, wenn wir hier noch so, so mal ein bisschen was aufgebaut haben, ne. So, dann machen wir weiter. Hacienda Notfallgebäude, wisst ihr, was das ist? Das sind im Prinzip die Gebäude, die hier, das ist die Feuerwehr, das ist die Polizeistation und das ist das Krankenhaus. Diese drei Gebäude haben auch einen eigenen kleinen Reiter bekommen. Und zwar kann man die ja normal wie in der Altenwelt oder wie im Cap Chwellani oder ist im Prinzip egal, sogar wie in der Arctis. Ähm, auch in Ibiza kann man die hier ganz normal wieder, äh, kann man die hier ganz normal wieder an seiner Hacienda anbauen, beziehungsweise wenn die Hacienda an der Ortschaft steht, äh, kann man die Häuser ganz normal entweder daneben bauen, direkt mit versuchen rein zu integrieren und so weiter und so fort. Und ich sag mal, alleine die, diese Gebäude hier, schaut mal, die haben ja auch wieder dieses Pflaster außerhalb, ne. Das ist schon mal wieder, das ist schon mal wieder so stimmig aufgebaut, dass man auf jeden Fall sagen kann, dass wir hier die Feuerwehr, die könnten wir hier gleich irgendwo daneben mitpostieren. Ähm, genauso wie die Polizeistation oder auch das Hacienda Krankenhaus, das zum Beispiel, das Krankenhaus, das würde ich eher versuchen, ganz klein ein bisschen außerhalb zu bauen. Ja, vielleicht nicht direkt gleich hier dran, so zum Beispiel mal hier, ne, dann hätten wir hier das Krankenhaus schon mal gebastelt, bildet Ärzte und Krankenschwestern aus. Und die Feuerwehr dann vielleicht noch ein bisschen hier runter, aber das ist immer noch Zukunftsmusik, Moment. Ähm, die Kirche würde ich dann versuchen, so neben der Hacienda ein bisschen hinzubauen, ne, damit es hier ein schönes, stimmiges Bild gibt. Ähm, davor können wir auf jeden Fall, ne, noch ein bisschen mit Pflastersteinen arbeiten, dann würde ich hier mal gerne, ja, entschuldigt bitte, ich muss ein ganz kleines, ein bisschen schön mal, ein ganz kleines bisschen, so, damit es ein bisschen, damit es ein bisschen, ein ganz kleines, schönes Feeling hier bekommt. So, können wir auch schon die, ne, hat es schon gehört. So, und jetzt gibt es hier die Hacienda Farmen, und zwar gibt es jetzt hier die neue Weltfruchtbarkeiten. Schaut mal, das sind hier im Prinzip die acht Stück, ähm, die hier von unseren findigen Modern hier so rein implementiert wurden. Und hier gibt es noch die, äh, Hacienda Farmen, alte Weltfruchtbarkeiten. Das sind im Prinzip alte Weltübersicht über die verfügbaren alte, alte World Hacienda Farmen. Das sind im Prinzip über die neue Welt, ne. Also, ähm, das könnte man auch alles in der alten Welt anbauen. Und das hier könnte man theoretisch alles in der neuen Welt anbauen. Je nachdem, Fruchtbarkeit natürlich vorausgesetzt, aber wenn man dann hier, ähm, wenn man dann hier schaut, schaut mal, was hier geht. Hier gibt es die Bananenfruchtbarkeit, hier gibt es zum Beispiel die Maisfruchtbarkeit, gibt es noch Kaffeefruchtbarkeit und auch die Tabak. Die Viere werden hier zum Beispiel abgedeckt. Entschuldigt bitte. Da könnte man hier sagen, dass man hier vielleicht eine kleine Infrastruktur aufbaut. Schauen wir mal, wie groß der Radius ist. Hier würde ich das Dorf aufbauen. So habe ich das zumindest geplant gehabt, bevor wir hier ins Spiel gegangen sind. Und dann könnten wir hier drüben, äh, könnten wir schauen, dass wir hier zum Beispiel eine kleine Bananenplantage rausziehen. Ziehen wir das Gebäude vielleicht nochmal eins runter. Na, das wollte ich eigentlich nicht, aber ist egal. Ähm, einzeln anwählen, heißt hier wirklich einzeln anwählen. Und dann einfach auf den Mauszeiger gedrückt halten und dann einfach ziehen. Und schon könnt ihr, und schon könnt ihr euch die Pflasterstraße bauen, okay? So, naja, ziehen wir jetzt einfach mal so eine Bananenplantage hoch. Ist ja schön im Einflussbereich drin. Ja, ja. So, wie viele Module hätten wir noch? Das finde ich, also muss ich ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich finde das absolut genial, dass hier die Module so, ich sag mal, so hart begrenzt sind. Also 64 Module für so eine kleine Farm zu bauen und das braucht halt auch nur 30 Sekunden, dass hier ein bisschen Bananen produziert werden. Schon, schon toll, ne? So, und dann könnten wir hier bis zu den Gewürzen, hier fehlt die Fruchtbarkeit, weil die Fruchtbarkeiten müssten wir dann mit der Gesetz zur Förderung des Weinbaus auf jeden Fall in die Wege leiten. Und erst mit dem, mit dieser Richtlinie, mit dieser Richtlinie könnten wir dann hier das Hacienda-Weinguhl basteln. Das geht auch so, aber Achtung, hier unten ganz klar Bauwarnung, fehlende Fruchtbarkeit. Alles andere geht hier, alles andere funktioniert hier, solange wir im Einflussbereich drinbleiben. So, da könnten wir hier zum Beispiel auch noch, das ist ein anderer, der neue Reiter, eine Hacienda oder die Hacienda-Brauereien. Die wurden auch von den Modernen nochmal überprüft. Ich schätze mal im Fertigungszyklus oder vielleicht nochmal, vielleicht im Design haben sie noch ein bisschen was getan. Man kann auf jeden Fall Schnaps brauen, man kann Bier brauen, man kann Rum herstellen, man kann hier die Chili-Soße herstellen und man kann auch die Atole herstellen. Könnte man alles machen. Wie gesagt, ein ganz kleines bisschen Infrastruktur wäre hier auf der Seite auf jeden Fall angebracht. Irgendwo vorhin hatte ich noch gelesen, wie viel man da Einwohner benötigt. Ich muss, entschuldigt bitte, ich muss da mal kurz runterscrollen. Wie viel man da Einwohner benötigt, dass wir zur nächsten Stufe aufsteigen. Irgendwo war das. Radius 20, bla bla bla. Achso, übrigens, ja genau, es geht ja noch weiter. Moment, bevor wir hier dann noch so ein kleines Dorf hier mal raus stampfen, möchte ich euch noch zwei, drei Dinge zeigen. Und zwar, es geht hier um die Kaugummis. Die Kaugummis ist ja so eine extra Chemiefabrik. Und auch mit den Kaugummis gibt es hier so eine gewisse Sache. Das braucht natürlich auch wieder ein bisschen Arbeitskraft und so weiter und so fort. Aber die Kaugummis sorgen ja auf jeden Fall dafür, dass wir auch in der alten Welt unsere Touris da damit versorgt werden. Und die wollen ja auf jeden Fall diese Kaugummis haben. Das Problem ist dran, man braucht Kautschuk, man braucht Zuckerrohr. Das wird dann für die Zuckerraffinerie verwandelt. Und da gibt es dann die Kaugummi drauf. Und man braucht auch noch über die Bauschule Bräuchtemann Zimt. Und das sind schon drei, beziehungsweise das ist schon eine Produktionskette, wo man dann sagt, das könnte man auf jeden Fall schauen, dass es über die Hasienda hergestellt wird. Und Achtung, die haben das direkt so gemacht, dass die Kaugummis über die Hasienda attraktiver sind zum Herstellen. Was es genau heißt, kann ich euch nicht sagen. Wir bauen hier gerade mal das Gebäude hin. Gucken wir mal. Hat nur 10 Punkte Attraktivitätsmalus drauf. Hier warten sie auf die Waren. Naja, also eigentlich so. Na gut, es geht vielleicht ein bisschen schneller, das sage ich mal. So, ganz wichtig, Hasienda Handelskammer. Die Hasienda Handelskammer kann man in jedwedem Radius, egal wo sie sich befindet, kann man, ihr seht es, kann man, muss ich euch nochmal richtig zeigen, zoomen wir mal ganz aus, egal wo kann man es einbetten. Da ist keine Überlappung nötig, da müsst ihr nicht gucken, da müsst ihr gar nichts machen, sondern ihr könnt hier direkt reingehen, direkt hier, deshalb habe ich die Infrastruktur ein bisschen weggebaut, direkt hier hinten ran, zack, und könnt hier anfangen, hier mit der Handelskammer, hier verschiedene, beeinflusst alle Produktionsgebäude. und hier hätten wir noch beeinflusst alle Bergminen, das war noch vom Doktor, die Druckerpresse hier, zack, und schon hatten wir hier den kleinen Boost drauf und das geht schon mal 25% schneller. Naja, also Handelskammer könnt ihr hier bauen, wichtig ist, Achtung, der Radius von einer Handelskammer zur anderen Handelskammer darf sich natürlich nicht überlappen, das ist ganz klar, aber ihr könnt nach wie vor auch in einem Bereich, da hast du ja nach wie vor Handelskammern reinsetzen, wo ihr möchtet, okay. Normal kostet die eigentlich, normal kostet die 50 Arbeitskraft, und zwar 50 Opero Arbeitskraft, eine Handelskammer, das ist schon nicht ohne, und wenn ihr die Mod Spiced Up nicht besitzt, kostet die dann auch dementsprechend den Einfluss, okay. So, dann hätten wir hier noch das Hacienda Warenhaus, das sieht dann ungefähr so hier aus. Das Hacienda Warenhaus bietet hier in der Mod auf jeden Fall 100 Lagerkapazität, hat aber auch Nachteile, das Hacienda Warenhaus hat nur zwei Laderanten. Da möchte man sich zum Schluss vielleicht ein bisschen überlegen, wo man die genau postiert. Ich würde dann, ich würde sogar vorschlagen, dass wir die so nah wie möglich an den, ich sag mal an den Farmen, beziehungsweise auch an den, an den Hacienda Handelskammern vielleicht irgendwo mit postiert, weil die Handelskammern, die boosten ja wieder diese Farmen, und deshalb ist das alles ein ganz kleines bisschen, läuft das ineinander zusammen, und je nachdem, ihr wisst ja, die Wege, dass man die Wege ein bisschen kürzer hält, würde ich dann eher, ich würde das vorschlagen, könnte natürlich machen, wie ihr wollt, die Warenhäuser so dicht wie möglich an die verschiedenen Plantagen ranbasten. So, was gibt es noch hier unten? Ihr seht, das Hacienda Düngerwerk hat sich auch was geändert, und zwar haben diese, haben die zwei Mutter nicht auf das neue Update gewartet, was nächste Woche dann erscheinen soll, beziehungsweise diese Woche, genau weiß ich es nicht, ich lese mich da nicht so ein, gibt es das Hacienda Düngerwerk, und schaut mal, der Produktionszyklus des Hacienda Düngerwerks wurde von 5 Minuten auf 1 Minute 30 reduziert, und das ist auf jeden Fall mal eine wirklich attraktive Zeit. Wir haben auf jeden Fall noch Dampfmaschinen, die haben wir hier, wir hatten mal hier, gleich mal ein bisschen was einladen, ja, die wollten ja, die wollten gepackte Bananen, die wollten ein bisschen rum, die wollten ein paar Ponchos haben, 100 Tonnen sollten erst mal, 100 Tonnen sollten erst mal wirklich reichen, und dann hätten wir hier, wir hatten hier, glaube ich, irgendwo, schauen wir, ja, 30 Dampfmaschinen, komm, die nehmen wir mit, alles gut, dann fährst du mal hier aus, bitte, Stahl bräuchten wir eigentlich gar keinen, also so, mein Lieben, wie ihr seht, Stahl ist hier, ich habe noch ein bisschen Stahl reingepackt, so viel wie es ging, aber wie es aussieht, wird hier nicht wirklich Stahl benötigt, so war auch nicht schlimm, die Hacienda Düngerwerk, die bräuchten wir 20 Stahl, die Warenhaus bräuchte keine, Handelskammer braucht auch keine, Kaugummi-Infrastruktur, beziehungsweise Produktionskette, absolut keinen Stahl, die, sogar die, sogar die, die Brauereien oder die Brennereien brauchen alle keinen Stahl, schön, eisenfrei, kann man die Insel nennen, eisenfrei, sehr geil, ja, also ihr seht, das Einzige, was wirklich hier Stahl benötigt auf der Insel, das ist die Hacienda, das ist das Hacienda Düngerwerk, und Stahl und diese Dampfmaschinen, alles andere, ist alles gut, wird nicht benötigt, so, was war das Foto, war es mir jetzt egal, ähm, was gibt's noch zu sagen? Willst du uns etwas sabotieren? Nein, will ich nicht, Mensch Isabel, so, und jetzt gibt's noch, na, wenn wir hier herfahren und dann ausladen, würde ich mal dann, ich würde dann mal vorschlagen, ähm, bevor ich hier dann, bevor ich hier dann irgendwas hinstelle, würde ich vorschlagen, machen wir doch mal so, dass hier unsere Journaleros zufriedengestellt sind, und dann werden wir auf jeden Fall nochmal aufsteigen, dass ihr das seht, dass hier die Häuser auch ganz normal, wie diese ganz normalen Dorfbewohner, wie die Journaleros, wenn man hier die ganz, wenn man die Insel ganz normal besiedelt würde, dass die auch dann so ganz, ganz normal aufsteigt. So, was brauchen die da dazu? Die brauchen auf jeden Fall Schnaps, das heißt, wir bräuchten hier von der alten Welt, brauchen wir hier Kartoffeln, das werden wir dann mal hier ansetzen. So, jetzt geht's los mit Kartoffeln, ähm, 24 Sekunden, weil im Einflussbereich unserer Handelskammer, so, und dann basteln wir hier gleich, selbstverständlich, die Hacienda Schnapsbrennerei. Vorsicht, das Ding, das explodiert, ne, jede Schnapsbrennerei kann irgendwie explodieren, ähm, lieber ein bisschen Abstand lassen. 24 Sekunden Verarbeitungszeit, das heißt, Pari, Pari, eine Tonne, eine Tonne, alles schick. Gucken wir mal rein. Dann drei Tonnen, drei Tonnen werden hier produziert. Ach, das wird dann aufgerundet, nehme ich mal an. Ah, das wird aufgerundet. Okay. Hier gibt's noch den Brauereikatalog, das war im Prinzip das, was die drei, das war das, was die zwei Mordor so ein bisschen angekreidet haben. Dieses Buch, dieses Buch schafft halt auf einer Seite nur fünf, beziehungsweise hier sind es fünf, normalerweise acht Rezepte, und dann ist dieses Buch voll. Wisst ihr, was ich meine? Hier zum aktiven Getränkspringen, Schnaps bräuchte hier Kartoffeln, ne, also, ähm, ja, ne, hier rum braucht Holz und Zuckerrohr und auch Bier, bräuchte Getreide und auch Mais und so weiter und so fort. Und dann könnt ihr hier nacheinander, könnt ihr genau sehen, was ihr für welche, für welche Zutaten oder was ihr für welches Endprodukt, welche Ausgangsmaterialien, ihr braucht, finde ich gar nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da wird man so ein bisschen rein begleiten, ne, da wird man so ein bisschen mitgenommen und, äh, auch das, auch das ist wirklich, wirklich gut. So. Schnaps ist gut, Schnaps ist schick, gebackte Bananen, Bananen werden hier umproduziert, jetzt bräuchten wir für die gebackenen Bananen auf jeden Fall hier unten noch Stop, für die Journaleros hier, da bräuchten wir noch die Küche dazu, die könnten wir auch gleich mal hier im Einflussradius beziehungsweise im Einflussbereich von den, von der Handelskammer aufstellen, ich schätze mal so gleich gegenüber, oder? Dann werden wir hier mal noch eine Fischölfabrik mit rein, mit reinziehen. Da haben wir einen kleinen Weg quer, damit es hier passt. Schauen wir mal, jawohl, ja, eigentlich werden 3 Tonnen, 3 Tonnen werden ja eigentlich benötigt und, äh, die stehen erst mal 2 her, ich schätze mal, ich schätze mal, es wird trotzdem ausreichen, oder? Ja, schaut mal, dieses ist ja, wir haben ja noch ganz, ganz wenig Leute hier und es sind schon wieder zu viele Transporter, ne, also, ihr müsstet genau überlegen, oder ihr solltet genau überlegen, nicht müsst, ist ja nichts Müß, ähm, genau überlegen, was ihr wohin bastelt und wenn wirklich alle Stricke reißen, dann seid so gut, ich mach's jetzt auch so, zieh dann lieber ein normales Warenlagerhaus noch irgendwo hier her, ich würd dann, ich würd dann sogar sagen, dass wir das hier auf der gegenüberliegenden Seite machen, ähm, hier geht der Weg raus, jetzt reichen wir's, jetzt baste ich den, baste ich die Pflasterstraße gleich mal hier oben in die, in die Schnellbuttons mit rein, ja, und dann könnt ihr hier ganz normal, ne, könnt ihr hier ganz normal wieder mit aufbauen und so weiter, so fort, ziehen wir's mal ein bisschen weiter ran und dann geht das eigentlich los, so, gebackene Bananen geht los, so, dann werden die auf jeden Fall schon mal mit gebackenen Bananen versorgt und mit Schnaps, ganz wichtig sind jetzt auch die Ponchos und die Chili-Soße, Chili-Soße müssen wir hier produzieren, über die Gewürze müssen wir auf jeden Fall die Chili-Soße, basteln, ah, wir hätten vielleicht auch noch, ja gut, ja, hätten vielleicht auch noch ein bisschen, ähm, schon ein bisschen Platz lassen können, hier für das Düngersilo, braucht im Prinzip ähnlich wie in der alten Welt diese Silos, ne, diese Getreidesilos, bräuchte im Prinzip, ja, hat genauso den Platz, ne, zwei breit, drei, drei hoch, okay, so, jetzt geht das hier los, die Gewürze brauchen zwei Minuten Produktionszug, zwei Minuten, das ist normal, 1,36, ne, und da ist das schon geboostet, da sollten wir auf jeden Fall mal schauen, dass wir mal einen Ferras noch mitholen, oder zumindest mal irgendein Spezialist, du hast noch Holz geladen, du fährst auf jeden Fall noch mal Holz rauf, sei so gut, dann gucken wir mal, ob wir hier noch ein paar, findige Spezialisten bei haben, hier zum Beispiel noch ein Ferras dabei, hier hätten wir zum Beispiel die Gartenbauer Hermanns, würde mich auch mal interessieren, ob das wirklich, beeinflusst Kakao-Plantage, schaut mal, also, schon das beste Beispiel, der Gartenbauer Hermann, der Spezialist, beeinflusst, Kaffee-Plantage, Bananen-Plantage, Baumwoll, Kautschuk, gewiss Bescheid, Hacienda-Kaffee-Plantage, Hacienda-Kautschuk, Hacienda-Kakao, Bananen, und Baumwoll, also im Prinzip alles das, was wir dort herstellen können, beeinflusst der mit, das heißt, den nehmen wir auf jeden Fall auch mit, beeinflusst alle Fischereien, bla bla bla, braucht kein Mensch, Chemie-Fabriken und Hacienda-Düngerwerk, nehmen wir auch mit, das war ja im Prinzip das Item, was ich euch letztens hier vorgestellt hatte, hier unten hatten wir erstmal die Vanilla-Hacienda aufgebaut, ja, für die Mod, hatte ich euch ja gesagt, muss man den Spielstand, oder man sollte mal den Spielstand nehmen, wo man noch keine Hacienda gebaut hat, damit sich die, damit sich die Assets, wie, es sei nicht euer Ernst, oder? Diplomatie, Verträge, Friedensvertrag, steht wieder im Frieden, du bitte auch, Dankeschön, sehr nett, sehr, sehr nett, einschmeicheln, bla bla bla, oh, Kriegsocht, Kriegsochtklärung gegen uns, alles klar, so, jetzt hätten wir hier mal 24 Ruf und hier unten 22, und das war's erstmal, schaut mal hier, hier haben wir sogar, hier haben wir sogar schon, hier haben wir sogar schon ein Schiff versenkt, ja, es ist halt so, so, jetzt gibt's hier schon drei Schiffe mittlerweile, das ist das große Frachtschiff, für 290.000, das muss man sich dann genau überlegen, ne, okay, Spaß beiseite, gehen wir wieder hoch, so, und jetzt würde ich mal vorschlagen, was fehlt denn noch, ne, was, was möchten die denn noch haben, ähm, ähm, wir haben ja eigentlich alle Waren soweit ausgeliefert, aber, meine Lieben, wir bräuchten trotzdem noch einen Marktplatz, also hier, hier gibt's dann einen kleinen Marktstand, ne, hier, seht ihr das, die kleinen Hacienda-Marktstände, und erst mit diesen Marktständen, glaube ich, ist das so, ähm, da kommen dann hier die Waren rein, wir könnten es auch noch ein bisschen besser machen, bauen wir doch mal, ne, Moment, deshalb kann man das, ja, machen wir es doch mal so, dann sind hier die Wege ein bisschen kürzer, das passt auch, das hier könnte man sogar auch noch mal ausbauen, so, das wäre dann das große Konto, okay, alles gut, kleine, was, öh, jetzt müssen wir nochmal gucken, ob das irgendwie jetzt passt, dass die hier zumindestens ihre, ne, ich glaub's nicht, das sind im Prinzip nur Marktstände, es ist ja zwar ein öffentliches Gebäude, aber da passiert ja nichts, okay, machen wir es anders, bauen wir hier mal noch so einen Marktplatz her, würde ich vorschlagen, oder was meint ihr, bauen wir mal hier so mittig, bedroht sie, lässt sich von ihrer Drohung einschüchtern, alles klar, ist das aufregend, eine Berühmtheit ist gerade angekommen, also das hier funktioniert nicht, der Marktplatz sollte eigentlich mal hoffentlich funktionieren, oder, gebackene Bananen als Grundbedürfnis, oder brauchen die jetzt einen Weg, das ist natürlich jetzt mal ganz, ganz interessant zu sehen, wir haben ja auf jeden Fall, wir haben ja über den Marktplatz, wir haben ja ein bisschen was auf Lager, das ist ja kein Thema, das ist ja alles gut, ich bin gleich wieder da, so mein Lieben, entschuldigt bitte, bevor das ja hier weitergehen kann, haben wir ja ganz was entscheidendes vergessen, es wird ja nichts freigeschalten, weil es fehlen ja einfach nur Einwohner, deshalb müssen wir ja hier auf der Seite, ich denke mal, wir brauchen nicht mal einen Marktplatz, deshalb machen wir jetzt hier mal folgendes, wir werden jetzt hier das Ding, wir werden ja auf jeden Fall noch ein bisschen fröhlich hier mal runter kopieren, also, boah, also das ist doch der totale Zufall, das kann gar nicht sein, normalerweise ist das eigentlich nicht so, dass das gleich passt, aber so wie es aussieht, passt das hier ganz genau, DSI Großgrundbesitz, haben wir jetzt, das heißt im Prinzip, okay, jetzt werden auch die gebackenen Bananen freigeschalten, und jetzt brauchen wir dann mit 200 Journaleros, können wir dann die Ponchos freischalten, 300 oder 300, also insgesamt bräuchten wir schon mal 300 Journaleros, und nur mit den 300 Journaleros, können wir dann schauen, dass wir die auf jeden Fall auch auf, ja, dass sie halt aufsteigen, so, so, machen wir mal fröhlich weiter hier mit unserem Kopieren, dann würde ich mal ganz ehrlich gestehen, machen wir mal so hier, so, damit es hier mal ein schönes Stadtbild gibt, das ist ja also, also es ist wirklich stimmig, eine mit der stimmigsten, also eine mit der stimmigsten Wegestrukturen, die ich bis jetzt in Allo 1800 gesehen habe, beziehungsweise sehen durfte, ich sag mal auch, ich sag mal auch gerade, die Gebäude aneinander gebaut, und egal ob die vorne oder hinten, welche Ansichten die haben, ist schon, ist schon wirklich, wirklich stimmig, sieht echt schön aus, so, was hätten wir denn jetzt, also jetzt hätten wir 155, das geht auch noch hoch, hat man zumindest mal, ich denke mal, dass das an gebackenen Bananen, das wird definitiv nicht mehr reichen, nee, das wird dafür, wird auf jeden Fall noch mal reichen, macht nix, wir haben auf jeden Fall jetzt eine Kleinstadt, herzlichen Glückwunsch, Black ist jetzt eine Kleinstadt, schaut mal, da gehen auch schon die Ponchos hoch, und so wie es aussieht, hätten wir dann auch gleich die Schnaps, und die Chilisauce freigeschalten, ja, jetzt müssen wir halt nur noch warten, bis halt genau, ne, schaut mal, also, so wie es aussieht, ist hier, das alles so weit in Zagotüten, schaut mal, wie schnell das geht, 350, 360, 370, also das geht hier wirklich, das geht hier wie das Brezelbacken, richtig schnell, jetzt haben wir schon wieder knapp 400, schaut mal, jetzt müssen wir dann nur noch mal schauen, dass wir hier auf jeden Fall die Chilisauce hergestellt bekommen, eine Minute 36, und dann schauen wir dann einfach mal, ähm, hier, ne, Hasienta Chilisaucefabrik, gucken wir mal, basteln wir gleich mal noch eine hin, 24 Sekunden, 24 Sekunden, aber halt das Fisch, oder der Fisch, entschuldige bitte, der Fisch braucht etwas länger, machen wir lieber mal noch eine hin, so, dann geht das auch wieder ein bisschen schneller, ja, das kommt jetzt ja alles ein bisschen, ein kleines bisschen durcheinander, halt, wegen der Handelskammer, das hier könnten wir auch mal noch ausbauen, von dem her eigentlich das alles took, ähm, da warten wir nur noch, bis es hier dann losgeht mit der Chilisauce, wie lang, die braucht auch 48 Sekunden, und die hier braucht 1,36, müssten wir theoretisch noch eine bauen, ich habe jetzt schon mal Straßen angebastelt, das habe ich gerade eben gemacht, wo mich hier mein vierbeiniger Freund besucht hat, so, machen wir zumindestens mal hoch, jetzt haben wir hier zwei gebaut, ich denke mal von der Zeit her, rechnen wir es kurz durch, 1,36, sind im Prinzip, ja, ähm, ich sag mal 106 Sekunden durch zwei, das macht so ungefähr 50, sagen wir mal 55 Sekunden mal so grob überschlagen, ne, ähm, du hier brauchst, Moment, falsch, du hier brauchst 48, das heißt, es sollte pari pari aufgehen, ähm, ja, eine Tonne Versorgung, und drei wird allerdings nachgefragt, das heißt, hier müssen wir auf jeden Fall noch mal Gas geben, ähm, hier kommt das Holz, und hier sollte man dann irgendwann, ich wollte gerade sagen, hier sollte man dann hier, werden wir dann mal schauen, dass wir hier auf jeden Fall den Fährhaus mit reinmachen, und dann hier die Produktivität, 50% fürs Düngerwerk, brauchen wir also nicht, ähm, wie wäre es denn hier, Gartenbauer Hermann, Ah, der ist hier, Ah, das sind nicht alle, das heißt, Gewürze werden da davon nicht beeinflusst, Gewürze gehen nur durch Traktoren, und Gewürze gehen nur durch die Düngersilos, aufpassen, äh, ganz, ganz wichtig, äh, der Gartenbauer Hermann kann allerdings, jawohl, schaut mal, es sind nur noch 52 Module für den, Wahnsinn, Kartoffelhöfe ist natürlich jetzt von der, Kartoffelhöfe kommt jetzt von der alten Welt, äh, die Module werden auch nicht angegriffen, wobei mich jetzt interessieren würde, könnten wir denn jetzt Spezialisten von der alten Welt hier runterkarren, hier in die Handelskammer reinpacken, dass die im Prinzip die Kartoffeln boosten, wäre das möglich? Ihr könnt es ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ich weiß es nicht genau, aber so wie es aussieht, wäre das vielleicht auch noch im Weg, den Spaß hier noch ein bisschen zu boosten, passt immer noch nicht ganz, ne? 34 Sekunden, aber es hat schon, es macht schon was aus, deshalb machen wir das mal so, setzen wir uns auf die andere Seite, 1,08 sind immer noch, Verarbeitungszeit, wären dann so ungefähr, ja, wären dann noch 54 Sekunden, das wäre jetzt, das würde jetzt wirklich aufgehen, hier, und die stellen jetzt, 2 Tonnen allerdings nur her, ne? Also, ja, gut, ja, aufgrund der Zeit, man hat es ja ganz, man hat es ja hier gesehen, ähm, da sollten wir vielleicht, da müssen wir hier unten noch mal ein bisschen ansetzen, oder? Was meint ihr? So, dann bauen wir hier mal gleich mal gegenüber, wir könnten es aber auch, Moment, ich habe noch eine kleine andere Idee, mal gucken, ob das, so, dann bauen wir das gleich mal so raus, Arbeitskräfte haben wir ja noch genug, schaut mal, das passt auch, ich drehe durch, Nee, 54, okay, alles klar, da müssen wir hier nochmal außen ansetzen, ne? Passt doch nicht ganz. Gut, kein Thema. So, okay, jetzt gucken wir mal, was die herstellen können, die stellen auf jeden Fall jetzt ungefähr, 4 Tonnen pro Minute her, Verarbeitungszeit 1,08, ah, für die Gewürzform müssen wir uns halt noch was ausdenken, oder? Es gibt halt garantiert, ich denke mal, es gibt auf jeden Fall Spezialisten, ähm, die hier, Dreier wollen sie haben, und Vierer hätten wir, ja, es gibt auf jeden Fall Spezialisten, die vielleicht durch das eine oder andere Update noch ins Spiel finden, einige Mods, beziehungsweise einige Spezialisten durch Mods, die hier noch ins Spiel finden, oder, die gibt es vielleicht schon, wurden angepasst, ich kann es euch beim besten Winnern nicht sagen, ähm, wichtig ist jetzt dran, dass wir jetzt zusammen, noch mal schauen, und das jetzt als Abschluss, weil das ist eigentlich eine riesengroße Modification, ein riesengroßes Overhaul geworden, von der Hacienda, äh, was mir persönlich sehr, sehr gefallen hat, was mich, schaut mal, wir haben schon eine gewisse, ah, der Radius vergrößert sich bei einer Bevölkerung von 1.000, auf dieser Insel, also 1.000, wenn wir 1.000 Einwohner geschafft haben, dann kriegen wir dann das nächste Upgrade, ne, dann wird sich hier der Einflussbereich der Hacienda nochmals vergrößern, das ist ja, ist ja gigantisch, oder, was sagt ihr, so, wie viel hätten wir denn, ne, 780, ich denke mal, die sind alles, ja, jetzt warten wir im Prinzip nur noch, jetzt haben wir gerade die Spielgeschwindigkeit ein bisschen aufgedeht, schaut mal, wie viel Journalero-Arbeitskraft es hier mittlerweile gibt, und wir sollten auf jeden Fall nochmal schnell runterfahren, nach Rumpf für die Welt, und sollten auf jeden Fall hier unten mal noch ein bisschen was einladen, gerade die Ponchos oder die gebackenen Bananen, irgendwann geht uns das dort oben wirklich aus, und dann stehen die dort und streiken, ich meine, dafür gibt es dann die, dafür gibt es dann, habe ich euch ja vorhin gesagt, ne, die verschiedenen, die verschiedenen Notfallgebäude, hier gibt es dann zum Beispiel hier dann die, ähm, hier gibt es, hier haben wir schon das Krankenhaus hingestellt, hier zum Beispiel gleich daneben, ja, macht nicht so ein schönes Bild, aber direkt neben die Hacienda, können wir dann zum Beispiel gleich die Polizei hinstellen, und hier daneben, das ist natürlich, also, boah, ganz ehrlich, das ist ein schönes Gebäude, also die Hacienda Feuerwehr, finde ich sehr geil, super, schaut mal diese, schaut mal diese Feuerwehr wegen, ist das aufregend, eine Berühmtheit ist gerade angekommen, schaut euch das bitte an, übrigens, wenn ihr nicht wisst, wie ihr in die Ich-Perspektive wechselt, äh, String, Shift und auf R gleichzeitig drücken, und schon seid ihr hier in der Eko-Perspektive drin, klar, ist nicht so, ist nicht so schön, wie manch anderes Spiel, und so weiter, und so fort, aber alleine diese Detailverliebtheit, ähm, sehr geil, sehr, sehr geil, so, jetzt gucken wir nochmal, jetzt warten wir nochmal, bis sich hier was getan hat, bereit für den Ausbau, mein Lieben, ähm, es werden bloß keine Pfeile angezeigt, ich weiß aber auch nicht, warum, nö, wahrscheinlich ist das so hier, acht, neunhundert, neunhundert Einwohner haben wir hier bei uns auf der Insel, und es steigt immer noch, mein Lieben, das steigt immer noch, schauen, ah, okay, vielleicht können wir das auch noch irgendwo einstellen, es geht gradiert, schaut mal, sogar die kleinen Häuser können aufsteigen, wir machen jetzt mal hier, direkt im Zentrum, zack, einmal hoch, auf die Obreros, und, oh, schaut mal, was die alles wollen, schaut mal bitte, was die alles wollen, und die generieren jetzt, die generieren jetzt auch Attraktivität, die generieren jetzt auch Attraktivität, schön viel Arbeitskraft, insgesamt 55 Bewohner, in einer großen, ich sag mal, in einer großen Residenz hier drin, und hier in diesen kleinen Unterkünften, dann machen wir hier mal noch die drei, hier in diesen kleinen Unterkünften sind immer noch 20 Leute, haben hier immer noch 20 Leute Platz, und das macht auch eine Attraktivität, ist ja geil, ist ja super, absolut, also das, da kommt die Attraktivität dann irgendwie von selber, ähm, im gesamten 918, wenn wir hier dann noch irgendwas freischalten, ich schätze mal, ja, fahren wir gerade noch mal hier runter, gucken wir mal, ob wir noch ein Schiff da haben, nehmen wir mal, nehmen wir mal noch ein paar Toteas mit, würde ich sagen, ach, die haben jetzt so viel, können das gar nicht alles für sich selber benutzen, die haben jetzt Überproduktion, Überproduktion, deshalb, passt schon, mein Lieben, passt schon, so, jetzt hätten wir das auch noch ausgeräumt, das auch noch, Stahl brauchen wir sowieso nicht, dann könnt ihr zwei wieder abbauen, nach oben für die Welt, dann warten wir hier unten auf das nächste, schaut mal, ne, also die haben auf jeden Fall Dorst, und hier könnten wir dann, schauen wir mal, was hier insgesamt, 700 Jornaleros und 200 Opreros, was sie benötigen, gehen wir doch mal rein in die Produktion, schauen wir mal, also vier Tonnen Schnaps auf jeden Fall, keine Paprika, zwei Tonnen Rum, als Nachfrage, ähm, vier Tonnen gebackene Bananen, also ungefähr so 1000 Einwohner, äh, die haben schon, die haben schon so ein bisschen, drei Tonnen Ponchos, eine Tonne Tortillas, ähm, die Versorgung, drei, also ich sag mal, dreieinhalb Tonnen Chilisauce, das sind kleine Schafe, ja, dann müssen wir halt noch ein bisschen was, und dann müssen wir halt erst mal noch ein bisschen was freischalten, ne, so, Tortillas geht los, und ich sag mal jetzt im Abschluss, mein Lieben, ich denke mal, ich hab euch den Mod jetzt ausführlichst präsentiert, und, äh, ich denke mal, ihr habt euch jetzt einen kleinen Eindruck mal, ähm, einen kleinen Eindruck mal verschaffen können, ist sie was für euch, oder steht ihr eher dann wirklich auf das Vanilla, auf die Vanilla, ähm, auf die Vanilla Hacienda, und so weiter, so fort, also das könnt ihr, könnt ihr Hand haben, wie ihr wollt, Dankeschön, Alter, hier geht's los, ne, und, die Richtlinien, geringerer Warenverbrauch, bei gleichbleibend guter Produktivität, verringerter Verbrauch, Ponchos, Melons, Zigarren, bla bla bla, Arbeitskräfte erforderlich, ähm, ein bisschen mehr, schauen wir mal, und ganz oben bewirkt eine drastische, verringerende Umwelt, ne, für die Schwerindustrie, Brauereien, und so weiter, so fort, also das brauchen wir ja nicht, dann nehmen wir lieber mal die zweite Richtlinie, und jetzt warten wir mal auf unsere 1000 Einwohner hier, das sollte eigentlich auch schon erfüllt sein, stimmt, ne, dann gehen wir mal hier noch ein ganz kleines Stück hoch, nehmen wir mal hier die Riege, noch mit, die hier bauen wir auch mal noch aus, dann warten wir mal kurz, und schaut mal, ne, und schon ist das, und schon sind hier, ist ja der Kaffee freigeschalten, und schon sind hier auch die Atolle schon freigeschalten, die Atolle können wir bauen, indem wir, ne, hier, ihr seht's, müssen wir nur noch mal schnell irgendwo, so eine Fabrik noch mal mit anbringen, nehmen wir gleich mal mit die Straße runter, so, wir bräuchten Mais, und wir bräuchten Zuckerrohr, die zwei können wir dann auch noch über die Hasienda rausbauen, das ist alles kein Problem, das stellen wir mal in den Pause-Modus, aber mein Lieben, aber Kaffee, Kaffee können wir uns noch holen, oder? Zuckerrohr gibt's hier auch keinen, Mais gibt's hier auch keinen, vielleicht haben wir hier unten Glück, ne, Zuckerrohr gibt's hier aber jede Menge, ja, da könnten wir zur Not vielleicht, die Atolle produzieren, die Atolle, die Atolle, du fährst auf jeden Fall, du fährst ganz hoch, in den Norden, ja, und wir bleiben hier auf jeden Fall mal stehen, und warten mal, was bräuchten wir noch, Kaffee, wurde ja gesagt, dass wir auf jeden Fall noch Kaffee benötigen, ganz dringend, und du nimmst auch ein bisschen Kaffee mit, würde ich sagen, oder? so, dann passt das, ja, jetzt, also 1000 Einwohner, direkt mal nochmal so schnell auf den Boden stampfen, wir könnten es auch natürlich ganz anders machen, 974, dann machen wir es so, dann bringen wir hier das zu einem gescheiten Ende, können wir auf jeden Fall, basteln wir hier noch was daneben, dann ziehen wir nochmal einen schönen Weg rein, so, und schon sieht das alles gut aus, jetzt warten wir noch bis sich die 1000, 1000, naja, hier sehen Sie, jetzt sind es genau 1000, gucken wir mal, und es hat sich, die Reichweite hat sich wieder um 10 vergrößert, das heißt, die Hasienda ist dementsprechend, schaut mal, die Hasienda ist dementsprechend wieder um 5 Felder, ich glaube radial, wieder angewachsen, ähm, von dem her kann man das wirklich treiben, jetzt bräuchte man 1500 Bewohner, das ist ja genau jetzt, jetzt dampfen hier sogar die Quellen, habt ihr das schon mal gesehen? Das ist mir jetzt aufgefallen, Geil, okay, meine Lieben, ich sag mal, das war's bis hierher, vielen, vielen Dank fürs Zugucken, jetzt habt ihr mal einen richtig großen Eindruck bekommen, ähm, was man mit dieser Hasienda jetzt alles anstellen kann, die Has, die Hasienda so wie sie ist, in der Modform, wie sie jetzt ist, wird auf jeden Fall bei mir in der Staffel 2 zum Einsatz kommen, bis hierher, ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn es euch gefallen hat, meine Lieben, würde ich mich riesig, riesig freuen, wenn auch in den nächsten Modfolgen wieder mit dabei seid, ich hoffe, ich hab's nicht so schnell erklärt, und dann eine gute Zeit, bleibt schön gesund, bis zum nächsten Mal, euer Zanto, ciao, ciao,